Die Kirche ist in der Nähe des Landes, die wir hier sehen. Auf der anderen Seite des Hafens läuft jetzt der Festumzug ein. Ich möchte Sie bitten, meine Damen und Herren, wenn Sie ein bisschen zur Seite gehen. Also die Straße wird nicht gebraucht durch die Festwagen. Also wie gesagt, der Festumzug zum Hafenfest 2014 läuft jetzt auf den Bekarten der Hafen ein. Na, wir hören ihn. Muss ja einigermaßen tief sein hier, ne? Wir haben 10.7 Uhr in Festwagen der Nordgemeinde. Wir haben 10.7 Uhr, die Festwagen-Vergabe der Nordgemeinde. Wenn Sie meine Vereinigungskompeten, wir gehen in die passes und in die Hauptkarte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020